ja hallo ich küsse euch alle ich bin jetzt bei den nächsten stollen angekommen hier ist die lore also ein paar steile drin ja dieser stollen werden wir gucken von 1774 also sieht das in den stollen aus ich glaube das ist auch der stollen wo man reingehen kann in der irgendwann der ist die Gruppe Wildermann da sind die leute gewesen die damals so gearbeitet haben und so sah er damals aus ja von 1721 200 bergleute war er ja 120 meter tief ja und so sieht das in dem Schacht aus unter der Erde ja auf jeden Fall interessant da oben dran erkennt man das oh da kommt die kalte Luft drauf ja und das hier ist ja vom Wasserwerk glaube ich ich weiß wie das glaube ich Wasser drin Löschwasserentnahmestelle kann ich immer Taschenlampe reinhalten da ist richtig viel Wasser drin viel Feuerwehr ja da sieht man das ja da sieht man das da geht aber nicht tief da sieht man nix so wie gesagt ich bin unterwegs ja hier ist Gruppe Stahlberg also hier unten soll das irgendwo sein aber wo weiß ich jetzt nicht genau weil man sieht ja was hier dass die Sache geht oder warte mal ich geh mal da hinten hin da muss gleich alles wieder hoch schwere Felsen hier hier sieht es auch so schrecklich aus ja aber eine schöne ecke trotzdem hier immer weiter runter ich mag es weil hier geht nämlich extrem runter ich muss den feld weil ich alles für youtube machen wahnsinn so dass ich gerade falsch verdreht habe mal gucken was so abgeht entschuldigung wegen wackeln so jetzt geht es besser ja da ist noch ein radweg ja wie gesagt hier soll das irgendwo sein ich guck jetzt mal grad da unten noch war eine schöne aussicht hier wunderbar so hier soll das irgendwo sein was steht denn da vorne für ein Schild hier haben sie auch schwerfichten umgemacht so wie man ja sieht hier da unten ist irgendein Schild oder so ja ich bin gleich wieder da ja so sieht das aus hier sind Schächte gewesen von 1821 und ging 20 bis 30 Meter tief von 1631 bis 1821 ich glaube das war hier hinten hier muss das irgendwo gewesen sein ich denke mal hier war das ich denke mal hier war das da geht schwer die Klippen hoch da geh ich nicht hoch ja ich hab da ja grad gesehen 20 bis 30 Meter ah Eichhörnchen schöner Ausblick hier im Siegerland ja so sah das Gebiet hier aus so sieht das auch eigentlich heute noch fast so aus ja wie gesagt A B äh ja C A B C ja wie gesagt die gingen 20 bis 30 Meter tief runter hier war hier sieht man ja nichts mehr hier war auch Ende da ging der Schacht weiter ja wollen wir mal weiter gucken ja wie gesagt ich melde mich dann gleich noch mal Entschuldigung wenn ich so wacke so dann Ciao